jo freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein kinder autofu und heute seht ihr schon ich bin hier mit hacker in einer lobby und heute machen wir einfach also wir gucken mal in welcher server region die besten spieler und so sind und natürlich bin ich und hacker in europa ist ja ganz klar und ja wir gucken mal also wir lassen uns direkt töten und dann gucken wir mal die spiele an wie gut oder wie schlecht die halt sind und ja wir sehen uns in der runde so freunde wir haben jetzt hier oben einfach wir haben jetzt hier oben einfach und kühlen uns wo er kann ich auch gleich gehen okay jetzt gucken wir zu beobachten mal gucken den gucken wir dann zu ich gucke ein anonymen spieler wir können sogar zwischen den spielern wechseln das geil also müssen nicht auf den gleichen spielern wir können auch andere spieler zugucken so oh mein gott was macht er ja ich guck so einem zu der mit dem lamborghini gegen 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 fährt egal ich guck mal wer anders tun ich guck mal wer anders tun ich guck mal was den nächsten hier machen okay der ist in so einem komischen truck bei tilted oh der eine ist im greenscreen raum bei dk lol der hatte voll das geil versteck ja okay aber das ist ein bisschen langweilig oh nein jetzt komme ich wieder dem zu das wollte ich gar nicht oh der hacker wird gefeiert achso er hat nur noch einen arm das haben wir noch warte mal ich mach kurz den cut rein so freunde hier sind wir jetzt wir gucken grad ein ghost war dazu ja gut was macht er tanzt sein mate okay die spieler in europa sind ein bisschen lost habe ich das gefühl okay sein mate hat auto okay was macht der nächste spieler nächster spieler hallo lol lol ist das ein bot oder lol ein bot hat eine krone dieser bot hat einfach eine krone glaube ich oder wird das falsch angezeigt warum links wenn wir mal angezeigt dass jeder spieler so eine krone hat selbst ist ein bug oder so ja selbst ein bug yo hä sind da bots die feinden gegen klombo klombo ist eh unsterblich oh da ist ein gegner ja ja mal bots zu gut zu gucken ne gucken ok muss er wirklich sein die spieler in europa sind einfach lost oh sein mate ist genockt lol aus dem buch ja ok dann machen wir mal den nächsten spieler also wie die spieler leben eigentlich noch warte lol wie können wir platz 49 gewählt sein wenn gerade 47 leute leben wenn gerade 47 leute leben ja irgendwie muss das eine falsche anzeige gewesen sein ok gucken wir mal weiter von dieser von dieser den nächsten warte ich hasse das das ist immer so lange laden ja freunde ich glaube das war es dann erstmal also nicht mit europa sondern ich mache jetzt einen cut rein bis in der top 10 die ganzen gegner sind bis dann ok ok freunde es geht doch nicht also mein game ist gerade einfach gefreased und deswegen konnten wir nicht weitermachen aber jetzt gehen wir auf server region und stellen mal auf nordamerika osten so und dann mal gucken was wir jetzt für gegner bekommen bestimmt koloste aber manchmal auch gute wir müssen mal gucken auf jeden fall wir sehen uns in der runde bis gleich so freundinnen hier sind wir wir sind gerade wieder hier dabei zu landen und uns zu killen vom hacker komm mal mit wir versuchen uns gleichzeitig zu killen ok ok auf 3 hoffen wir hier runter stelle ich hier so ganz an die ecke ok 3 2 1 go das ist ein ganz tolles Video aber egal so freunde mal gucken wenn wir zugucken da steht schon wieder 47 hallo wir sind nicht 47 gestorben ich guck big strike zu wow einfach man cake krass oh mein cake habe ich auch oh mein cake habe ich auch was macht der da ich guck der dort von dem gegner weg oh hast du den auch zu ja du guckst den auch zu hallo wir haben einfach gespitt zeigt junge ok ich scroll mal weiter pingals pingals das beste name ever gucken was der so hat oh wahrscheinlich ist das wieder ein bot oh nein das ist ein spider man sein meter ist einfach parker lol parker da fehlt nur noch ein peter vor dann passt es ja warum hat denn alle wer spielt diese spitzhacke bitte die so kaa wie sag ich nicht aber wirklich wer spielt diese spitzhacke ok ich mach mal einen cut bis zu den letzten 50 rein bis gleich Freunde letzte 50 also unter 50 und was sehe ich ein bot also kein bot nicht mal einfach ein spieler der rfk ist der hier rum steht was warum hallo warum ich checke es nicht ne mir ist ein rot hallo oh ich geh aber weiter er hat sich bewegt er hat sich bewegt müssen wir mal zurück er hat sich bewegt mein gott warte mal oh ich glaube er hat sich bewegt und nö nur weil ich weiter gescrollt hatte sah das so aus als hätte er sich bewegt oh mein gott es ist ja mal so lust halte ich dachte er hatte sich bewegt Freunde ich mach einen cut bis zu den letzten 10 bis gleich so Freunde wir sind Top 10 Armit Rafa ist einfach gestorben der hat so lange überlebt ich sag es euch aber er ist einfach gestorben Gani Gama was ist das für ein Name was macht er ah das ist dieser Schatten wie das ok was macht er Junge Hä Schatten wie das die zone kommt du musst schnell er hat grad einen richtig schwimmsprung gemacht oha auf einmal der krasseste pro ever oh ne doch nicht oh es wird spannend die zone macht zweier tics schneller du bot schneller bot 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 du schaffst das du schaffst das nein er ist einfach der schnellste ever Junge er ist einfach der schnellste nein was machst du ok er ist in der zone Junge ich guck wieder wenn man das suche halfer preis was macht er ja ah lol lol es leben nur noch zwei zwei duos und das ist ein duo davon wo ist das andere warte einer davon ist dieser Schatten wie das oh mein gott einer davon ist der Schatten wie das das wird ja mega leicht für die jo ah ne das ist der letzte das ist der letzte high far prize das ist der letzte glaube ich ah ne doch nicht das ist das duo hier der hat den Torhammer das ist wahrscheinlich Tor nur der Skin wird nicht geladen und der letzte die müssen gegen den Bottke einfach nur kämpfen ich seh grad bei Hacker der hat den Kaugummi Skin und den Torhammer Epic ihr müsst den bannen bitte band den high far prize ihr seht den anderen bitte band den der kann einfach mit den Kaugummi Skin den Torhammer benutzen das ist so krass hab ich grad bei Hacker gesehen ok wo ist der letzte das war der Schatten wie das warte mal Freunde ich muss kurz holen auf jeden Fall ich kann das das ist doch nicht der Torhammer das sah nur so aus wie der Torhammer das ist aber doch nicht band den doch nicht nein ihr habt den Namen nie gesehen ok Leute das ist der letzte hä der ist in der Zone ja die werden den Win jetzt holen ok wir können zugucken wie die den Win holen die sind so lust eigentlich diese Gegner ja gut gleich werden sie den Win haben zack auf jeden Fall verdienter Sieg in Nordamerika Osten und Copyright 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 ok ja kein Copyright Tanz mehr ja Freunde das war Nordamerika Osten wir sehen uns in der Lowie gleich wieder bis gleich so Freunde hier sind wir wir machen jetzt noch 3 3 Server und diesmal machen wir Ozeanien Servern und mal gucken wie bei Ozeanien die Gegner sind und wir sehen uns dann gleich in der Rune so Freunde irgendwie geht der Server nicht deswegen also hier ich kann es euch zeigen da ist deaktiviert einfach ich weiß auch nicht wieso bei Hacker ist auch alles wie Ozeanien da machen wir jetzt Brasilien Server so mal gucken ob es klappt ich mach kurz einen Cut rein bis dann ja Freunde ich war ja auch nicht Brasilien geht auch nicht dann machen wir Nahosten so Nahosten geht das ja ok dann sehen wir uns gleich in der Runde so Freunde hier sind wir in was war das nochmal Asi ne Nahosten genau Nahosten Server und mal gucken was hier so für Gegner unterwegs sind wir killen uns mal kurz ok ich mach noch einmal diese Kiste auf ich will wissen was ich rausbekommen würde ok nichts und ich würde sagen wir killen uns ok ok let's go 3 2 1 yeah ok ok freunde wir gucken mal zu mal gucken mal in diese zu gucken Idana Pange ja bester Name und der wäre fast verbrannt dumm kann man sein ich mach einen Cut bis zu den Top 50 bis gleich ich so freunde sind wahr tot greife war es jetzt ok ist jetzt vielleicht ein bisschen anders was macht der im Nahosten Server sind ein bisschen komisch ich würde auch sagen das war der letzte Server aber voll komisch so weiter was macht der hä ich check seine Logik nicht ganz jetzt geht er in den Bo heeeh wir gucken nach dem nächsten Spieler kurz die Lolo Pop bis danach Klausenbord oder ne doch Jo die Wolfe mal gucken die Wolfe sind nämlich ultrastark geworden Mal gucken, ob der Bot es schafft, die Walfe zu killen oder die Walfe ihn zu killen. Oh! Ohoho! Voll, ihr sagt es euch, ne? Oho! Der schafft es, glaube ich. Oh, er ist voll OP. Er trifft jeden Schuss. Oh, doch nicht. Oh! Er ist einfach der Heftige. Aber er hat halt nur noch 60 HP. Das ist das doch. Schimmeln! Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen ein Kaktus für Top 10.